Die Geschichte beginnt in New York City, gerade als eine große Wolke im Times Square niedergeht und sich in der 42. Straße ausdehnt, wie ein Weil. Unser Held, er heißt Rail, kommt aus der U-Bahn und wird von dem Weil aufgesogen. Er erwacht unter der Erde. Dieses ist die Geschichte von Rail. Das ist die Geschichte von Rail Die Geschichte von Rail Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020